Hallöchen, herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht um Selbstfürsorge. Schön, dass du eingeschalten hast. Und das Video, das ich jetzt gleich in dieses Video hineingeschnitten habe, ist ein Teil des Selbstliebe-Schnupperkurses, den ich als Geschenk für dich kreiert habe und wo sich jeden Tag mehr und mehr Menschen anmelden, was mich super glücklich macht, weil dafür ist er ja da, dass möglichst viele Menschen sich mit ihrer Selbstliebe auseinandersetzen und die mehren, um einfach mehr Frieden mit uns selbst zu kreieren und dadurch natürlich auch mit anderen. Und ich bekomme sehr viel Liebesfeedback über die Erfolge oder die Inspirationen, die ich da in den Videos gebe. Und das macht mich natürlich auch richtig, richtig glücklich. Deswegen arbeite ich auch auf Hochtouren an dem 30-Tage-Intensivkurs. Der soll Mitte Oktober ungefähr rauskommen. Das ist dann für die Menschen, die richtig tief einsteigen wollen, 30 Tage lang, jeden Tag eine Lektion und eine Übung. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, was ihr dazu sagt. Ich bin gerade am Schneiden und Hochladen und so. Und ja, ich denke Mitte Oktober ist realistisch, dass ich das hinkriege. Aber wie gesagt, zurzeit könnt ihr euch alle in diesen Schnupperkurs rein... 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 wie heißt das? Einschreiben. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Und ja, ich freue mich auch unter diesem Video über Kommentare und bin gespannt, was du dazu sagst und was ist Selbstversorge für dich. Lass dich überraschen. Ich freue mich auf deine Kommentare und dein Feedback und wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann das Video schaust. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal, wenn du wieder einschaltest. Ciao! Hallöchen! Herzlich willkommen beim fünften Teil des Schnupperkurses Selbstliebe. Und es geht um die Selbstfürsorge in diesem Video und so ein bisschen um proaktives Handeln. In dem 30-Tage-Kurs sind das wieder mehrere Lektionen, wo ich das etwas detaillierte beschreibe. Und in diesem Teil des Kurses geht es darum, wie du dich selbst stabilisieren kannst. Und wir hatten ja eben zwei eher herausforderndere Lektionen mit der Opferrolle und der Selbstverletzung. Und in dem 30-Tage-Kurs habe ich das auch so aufgebaut, dass du halt die schwierigen Momente auch anschauen kannst, aber dann halt auch wieder die Stabilisierung erfährst. Und deswegen auch jetzt hier im Schnupperkurs die Selbstfürsorge. Selbstfürsorge kann man fast als Synonym verwenden für die Selbstliebe. Aber ich finde dieses Wort einfach so schön und deswegen möchte ich das nochmal anders, ein bisschen anders definieren, ein bisschen anders herausstellen. Auch wenn ich das ab und zu schon mal so angedeutet habe, aber in diesem Video soll es nochmal ganz ausführlich Raum bekommen. Für mich ist die Selbstfürsorge der Moment, wo du dir selbst eine gute beste Freundin, ein guter bester Freund bist. Oder wo du die innere Mutter aktivierst oder den inneren Vater. Und ich sage dir gleich, ich meine nicht damit deinen echten Vater, deine echte Mutter, sondern ich meine damit deine Traummutter, deinen Traumvater. Du installierst quasi in dir eine wohlwollende, näherende Kraft. Ich nenne sie so, du kannst sie auch ganz anders nennen. Aber ich meine den Teil, der dafür verantwortlich ist, dass du gut für dich sorgst, dass du dir gutes Essen kaufst, dass du dich schön kleidest, dass du in einer schönen Wohnung lebst, dass du eine tolle Arbeit hast, die dich erfüllt, dass du liebe Menschen um dich hast, die dich gut nähren. Das sind alles so Aspekte, wo du selbst dich gut versorgen kannst. Und danach einfach zu schauen und das immer mehr in dir als Persona sozusagen zur Seite zu stellen. Oder auch die beste Freundin, den besten Freund. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, kannst du dich fragen, was würdest du jetzt einem Freund empfehlen, der in dieser Situation wäre. Und das hilft dir einfach, einen wohlwollenden Blick auf dich selber zu kreieren. Und die Selbstfürsorge ist so, so wichtig, weil sie ist so ein Zeichen und Ausdruck der Selbstliebe. Und ich möchte dich einladen, dass du halt den Bereich deines Lebens zuerst in Angriff nimmst, der dir leicht fällt. Vielleicht fällt es dir leicht, deine Wohnung neu einzurichten oder umzugestalten oder dein Zimmer oder dein Lebensumfeld dahingehend zu verändern, dass du dich wirklich wohlfühlst. Oder die Menschen in deinem Umfeld. Vielleicht fällt dir das leicht, neue Menschen einzuladen, die dich sehen, die dich akzeptieren, die dich lieben. Die dir auch zeigen, dass sie dich mögen. Oder vielleicht fällt es dir leicht, in die Natur zu gehen, dich dort zu verbinden, dich dort aufzutanken und gut für dich zu sorgen. Also es geht darum, diesen Teil, in dem du dich stabilisierst, in dem du dich stärkst und nährst, immer mehr werden zu lassen. Und da kommt dann auch das proaktive Handeln ins Spiel. Proaktiv. Pro heißt für, ja, so von pro und kontra. Und aktiv heißt, du wirst aktiv. Und zwar, du wirst für dich aktiv. Du bringst dir positive Sachen. Wenn wir nicht so sehr in der Selbstliebe sind, dann sind wir oft Menschen, die reagieren auf etwas. Ja, genauso wie in der Opferrolle. Ich reagiere nur. Mir passieren Dinge. Und wenn du in deine Schöpferkraft kommst, wenn du in die Selbstliebe kommst, dann bist du ein Mensch, der kreiert, dann bist du ein Mensch, der aktiv wird. Und ich meine, das muss nicht das riesige Ding sein. Es muss auch nicht für alle in der Öffentlichkeit passieren. Es kann auch einfach nur für dich im Kleinen passieren. Aber es sind die kleinen Taten, es sind die kleinen Handlungen, wo du dir selber zeigst, dass du dich magst. Und wirklich, such dir einen Bereich, der dir leicht fällt, wo du einen leichten Zugang hast. Ich habe zum Beispiel auch mal in einem Seminar das erlebt, dass ich in das Gefühl geraten bin, dass ich nicht dazugehöre. Ich hatte das früher sehr stark, dass ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. Und in diesem Seminar ist dann aber etwas sehr Schönes passiert. Ich habe gemerkt, ich bin wieder in meinem Muster, ich gehöre nicht dazu. So wie ich schon von den Glaubenssätzen gesprochen hatte. Das war auch ein Glaubenssatz von mir, ich gehöre nicht dazu. Ich habe das aber in dem Moment erkannt, habe dann auf die Gruppe geschaut, auf die anderen Seminarteilnehmer, und habe geschaut und habe geguckt, bei wem traue ich mich, wieder reinzugehen, wieder auf die Gruppe zuzugehen. Ich wollte nicht das bestätigen, dass ich nicht dazugehöre und alleine bleiben, sondern ich habe das erkannt und habe geguckt, welcher Mensch wirkt so sympathisch auf mich, oder dass ich mich traue, da wieder reinzugehen. Dann bin ich zu diesem Menschen hingegangen, und dann war ich wieder drin. Ja, also, das ist auch noch ein Tipp von mir jetzt an dich. Such dir den Weg, wo es wieder reingeht. Wo es wieder zur Selbstliebe geht. Zur Zugehörigkeit. Zur Wonne. Wo kannst du dir selber gerade leicht Liebe schenken? Gönnst du dir eine Stunde Computerspiel oder eine Serie oder vielleicht ein leckeres Eis oder ein schönes Stück Obst oder einen Waldspaziergang oder, oder, oder. Ja, es muss nicht was mit was Materiellem zu tun haben. Einfach ein Geschenk an dich, wo du wieder in das Gefühl der Liebe kommst, wo du in das Gefühl des Angenommenseins kommst. Ja, das ist so das Thema mit der Selbstfürsorge, mit dem proaktiven Handeln. Und ja, ich hoffe, dass du da Freude empfindest. Und wenn du merkst, dass du da irgendwie doch Schwierigkeiten hast, dann kannst du auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Und dann können wir auch eins zu eins mal schauen, was da sozusagen vielleicht für dich so für schwierige Momente sind, um da rauszukommen. Da bin ich auch sehr, sehr gerne für dich da. Ich schreibe mal unten in die Infobox meine E-Mail-Adresse. Kannst du mich gerne anschreiben, dann können wir einen Termin ausmachen. Und dann können wir da ganz individuell mal schauen, was für dich ja gerade dran ist vielleicht, um da wieder mehr in die Selbstliebe zu kommen. Ich bin sehr, sehr gerne für dich da. Und ja, wir haben noch ein Video vor uns. Dann mache ich eine Trance mit dir. Beziehungsweise jetzt kommt auch erst noch das Übungsvideo dazwischen. Und dann die Trance. Ich wünsche dir alles Liebe und bis gleich im Übungsvideo.